Wie wichtig ist es im Leben, Batterien zu checken? Ich mag den Moment, wenn ich einen Brief in den Briefkasten werfe. Dann gebe ich dem Brief immer einen Buss und hau ihn weg. Ich würde ihm wünschen, dass er dranbleibt und ich warte am Ende auf ihn. Super, Fakur, bin ich hier gelandet. Kuf, Depot, Litzheim. Kann ich aufstehen. Die Hälfte gab es um mich, wie gehört die Ze�� gemütbbe. Chuckie-Chan, musst du meisten Checkie-Chan. Check it how you wish.